Yo meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei den XRP Bros. Ja, auch heute leider noch alleine. Sinan ist ja noch auf Mallorca mit der Olga. Da gehen nochmal ganz, ganz liebe Grüße raus. Ja, ich habe trotzdem sehr interessante News. Gestern wurde das Meeting von der SEC abgesagt. Da habe ich jetzt ein neues Datum, wann das nächste Meeting stattfindet. Schauen wir uns alles genau an, ob es dann auch eine Einigung geben könnte. Ripple in der Top 100 der Arbeitgeber und SEC genehmigt Ethereum ETFs von Grayscale in erster Instanz. Schauen wir uns auch alles an. Ich würde sagen, wir würden uns sehr über ein Like, Abo und Kommentar freuen. Auch wenn ihr bei uns in der Beschreibung bei unserem Werbepartner mit Panda vorbeischaut, um noch eine regulierte Börse zu sehen. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, rein in die Olga. Wenn wir uns den vielen Greed Index anschauen, sind wir in der gelben Zone. Wir haben es nicht in den grünen Bereich geschafft. Es ist immer noch bei 57 neutral. Es ist etwas runtergegangen. Wir sehen natürlich auch einen kleinen Rücksetzer. Bitcoin hat die 65.000 Dollar Marke angesetzt. Und wenn wir das jetzt auf den 7-Tage-Chart sehen, sieht das wieder gar nicht so schlecht aus. Der Aufwärtstrend, der ist da. Natürlich haben wir immer Widerstandslinien, die wir hier antesten und dann nach und nach durchbrechen werden. Genau das gleiche wie bei XRP. Aktuell bei 45 Dollar Cent. Wir haben euch gesagt, ungefähr bei 63 Dollar Cent haben wir die Widerstandsbereiche, die wir die ganze Zeit antesten. Oder die wir jetzt schon mehrmals angetestet haben. Mit der Nachricht, dass das Meeting, die sind immer abgesagt, wurde auch ein bisschen eingesackt sind. Ich denke, die nächsten Tage wird es da weitergehen. Passend dazu haben wir diese News. Der XRP-Preis stand vor einem Einbruch. Oder er ist ja eingebrochen. Aber die Aufwärtstrend-Unterstützung hält aktuell fest. Und zwar der XRP-Preis begann eine Abwärtskorrektur ab der Zone von 63 Dollar Cent. Und der Preis wird jetzt unter 58 Dollar Cent und dem 100 Stunden Simple Moving Average gehandelt. Und es gab einen Durchbruch unter einer verbindlichen Bullischen Trendlinie mit Unterstützung bei 58 Dollar Cent auf den Stunden-Chart des XRP-US-Dollar Paares. Und die Datenquellen wurden hier von Kraken bezogen. Das Paar könnte seinen Verlust ausweiten, wenn es unter 45 Dollar Cent und 52 Dollar Cent gehen würde. Sehen wir nochmal, wir haben hier gerade die 54 Dollar Cent und halten die aktuell auch noch. Da muss ich hier nochmal drauf eingehen. Und zwar der Ripple-CEO Brad Garlinghouse spricht über IPO-Pläne und Wettbewerbsstrategien gegen SWIFT, den großen angeblichen Konkurrenten für Ripple. Da gibt es ja auch mehrere Stimmen, die das nicht so sehen oder ein bisschen anders sehen. Und ein Interview mit Andrew Nuska von Fortune gab Ripple-CEO Brad Garlinghouse, einen Überblick über die strategische Roadmap des Unternehmens und seine vorsichtige Herangehensweise an seinen Börsengang, also den IPO und den Wettbewerbsvorteil von Ripple gegenüber dem traditionellen SWIFT-Netzwerk. Hier auch nochmal ganz klar, macht natürlich nur Sinn, wenn wir die regulatorische Klarheit haben, wenn Ripple reguliert ist oder gesagt XRP reguliert ist, wird der Börsengang, das IPO kommen. Und hier haben wir es auch nochmal stehen, ein Börsengang von Ripple steht derzeit nicht zur Debatte. Garlinghouse äußert sich offen über Entscheidungen von Ripple und einen Börsengang inmitten eines herausfordernden regulatorischen Umfelds auszusetzen. Er erklärte, wir haben öffentlich gesagt, dass wir keine unmittelbaren Pläne haben, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich meine, warum sollte man das in der aktuellen SEC tun, also mit der aktuellen SEC-Klage tun? Wir sind es nicht. Ich bin innerhalb der Mauern der SEC nicht sehr beliebt. Also wenn sie jetzt quasi einen Antrag stellen, wird das sowieso nicht sehr gut laufen. Sie müssen erst Step für Step die Dinge angehen und das sehe ich auf jeden Fall genauso. Und hier haben wir auch nochmal das Zitat von Brett Garlinghouse. Ich habe einen Börsengang immer als einen Schritt auf den Weg betrachtet, nicht als das Ende einer Reise, was wir stattdessen getan haben. Und das ist eigentlich eine neue Nachricht, die wir nicht öffentlich geteilt haben. Haben wir eine Reihe von Übernahmeangebote gemacht, bei denen wir Aktien von Investoren und Mitarbeitern zurückgekauft haben, verriet Ripple CEO und fügt hinzu. Und jetzt befinden wir uns inmitten einem weiteren Übernahmeangebot. Und nachdem wir dieses abgeschlossen haben, werden wir Aktien im Wert von 4 Milliarden Dollar von unseren Aktionären zurückgekauft haben. Und hier nochmal als Punkt Ripple gegen Zwift. Garlinghouse kommentiert auch die Wettbewerbsposition des Unternehmens gegenüber Zwift, den globalen Standard für Finanznachrichten und grenzüberschreitende Zahlungen. Und er kritisiert die veraltete Natur der aktuellen Überweisungssysteme und merkt da an, ich kann mir vorstellen, dass jeder hier irgendwann in seinem Leben eine Zwift-Überweisung durchgeführt hat. Eine Zwift-fähige Transaktion, die sie eine Überweisung nennen. Und er hob den historischen Kontext davor, der Ausdruck Überweisung, die Etymologie davon. Ist ein Telegram-Draht. Richtig, es ist nicht die Technologie, die sich mit dem Internet bewegt hat. Also er sagt hier nochmal, gerade im Finanzbereich sind wir stehen geblieben. Oder ehrlich gesagt, überall schreiten wir krass voran, nur im Finanzbereich nicht. Da bleiben wir einfach jahrelang stehen und haben komplett veraltete Technologie. Und es muss jetzt langsam da was passieren. Und das sehe ich definitiv genauso. Ja, der Punkt ist auch nochmal sehr interessant. Wir haben auch gleich nochmal ein neues Datum nach der News. Aber hier nochmal, wann endet die XRP-Klage? Nochmal das Statement von Brad Garlinghouse. Und er ging auf den langwierigen Rechtsstreit mit der SEC über den Status von XRP ein. Der zu ehemlichen Rechtskosten, aber letztendlich zu einem günstigen Urteil für Ripple führte. Und er sagt hier nochmal, ich habe immer irgendwie drauf geachtet, dass es sich um eine Währung handelt. Und wir haben uns im einen dreieinhalbjährigen Rechtsstreit verwickelt, der im vergangenen Sommer seinen Höhepunkt erreichte. Wir haben mit der Art von Kernproblemen gewonnen, dass XRP an und für sich kein Wertpapier ist, bemerkte er. Aber die Anwaltskosten für diesen Sieg waren massiv. Und es waren bis jetzt 150 Millionen Dollar an Anwaltsrechnungen auf dem aktuellen Weg. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Und in Bezug auf die endgültigen Rechtsmittel und das Strafurteil äußert sich Garlinghouse optimistisch für eine baldige Lösung des Rechtsstreites. Es gibt ein paar Dinge, die ich als Cliffhanger bezeichnen würde, über die der Richter in Kürze entscheiden sollte. Wissen Sie, einen Monat weniger oder vielleicht zwei Monate. Ich kann das nicht wissen, aber ich freue mich auf eine vollständige Lösung. Und das ist ja immer wieder, sie hätten schon lange mit diesen nur Anwaltskosten von 150 Millionen Dollar die Strafen zahlen können. Sie wollen aber eine richtige, eine vollständige Lösung. Und das sagt er hier nochmal und bestätigt nochmal mit einem Grinsen im Gesicht. Und ja, ich sitze hier genau mit so einem Grinsen, weil ich weiß, dass er definitiv recht hat. Ja, da das Geheimtreffen am 18.07. von der SEC gecancelt wurde. Aktuell habe ich immer noch keine genauen Informationen, warum. Es kann auch immer sein, einer war krank oder irgendwas hat jetzt gerade nicht gepasst. Haben wir jetzt ein neues Datum und zwar, es wurde auf den 25. Juli verschoben. Gar nicht mehr so lange. Wenn wir nochmal schauen, ist das schon der nächste Donnerstag. Also 25. Juli, nächster Termin und es könnte bis dahin vielleicht ein Ende kommen. Ich, wie gesagt, denke, wie Brad Garlinghouse gesagt hat, ein oder zwei Monate spielen jetzt keine Rolle mehr. Hauptsache, das Ding ist jetzt vor September durch. Ja, und hier finde ich nochmal einen sehr interessanten Kommentar von unserem Bruder MC. Auch da könnt ihr gerne nochmal vorbeischauen. Ganz, ganz liebe Grüße gehen raus. Er sagt hier nochmal, nein, das denke ich nicht. Man gibt nicht über 100 Millionen Dollar aus, um so kurz vom Ziel sich zu einigen. Ja, bleiben wir nochmal kurz bei der SEC und da sehen wir, wenn was gewollt ist, wenn große Vermögensverwalter nochmal hinterein stehen, wie schnell das gehen kann. Und zwar SEC genehmigt Ethereum ETFs von Grayscale und ProShares in erster Instanz. Und obwohl Grayscale und ProShares eine vorläufige Genehmigung ihrer Ethereum ETFs bekommen haben, steht zunächst noch die Zulassung der S1 Anträge aus. Und das ist natürlich unglaublich wichtig für Adoption langfristig. Auch hier wieder, Freunde, das heißt jetzt nicht, dass jetzt auf gleich der Preis durch die Decke schießt. Wir haben es bei Bitcoin ETFs gesehen, die Zuflässe kommen nach und nach und langfristig auf Jahre gesehen wird das definitiv unglaublich bullisch meiner Meinung nach sein. Natürlich muss man hier auch aufpassen, es kann auch eine negative Seite hervorrufen. Wir sehen, was jetzt schon für einen großen Anteil die Vermögensverwalter an Bitcoin haben. Und natürlich wollen sie auch hier ein Stück vom Kuchen und das ist natürlich wieder die negative Seite. Ich denke, dadurch wird natürlich viel, viel Geld reinkommen. Aber der Einfluss von großen Vermögensverwaltern wird hier auch immer größer. Aber deswegen natürlich ein Spiel mit den Feuern. Aber wie gesagt, ich denke, das ist langfristig sehr, sehr positiv für den Kryptomarkt. Ja, Ripple wird einer der Top-Arbeitgeber im Jahr 2024 sein. Ripple erreicht einen wichtigen Platz im neuen Ranking von Fortune. Und darum geht es und was das für XRP und Ripple bedeutet. Hier haben wir nochmal der beste Arbeitgeber und zwar Top 100 Platz 32 gemacht. Finde ich nochmal sehr interessant für ein Unternehmen, was so einen großen Rechtsstreit hat. Überlegt den 32. Platz der besten Arbeitgeber für kleine und mittlere Unternehmen in den USA. Und das sind natürlich nicht die einzigen Preise, die abgeräumt wurden letztes Jahr, vorletztes Jahr. Ripple räumt durchgehend solche Preise ab. Und in der Tatsache, dass sich Ripple auf einer solchen Liste wiederfindet, ist ein sehr bullishes Ereignis für Ripple. Und natürlich auch wiederum für XRP in Zukunft und die Kryptowährung, das Unternehmen in seine Operation. Es bringt auf jeden Fall eine solide Grundlage für die Zukunft. Hier auch nochmal wichtig zu sagen, Chainlink ist auch mit am Start. Auch großer Zwift-Partner nochmal zu erwähnen. Jetzt kannst du die Begrüße gehen raus an Olga, an Zina und ich hoffe, du sitzt jetzt mal wieder am Strand am Cocktail trinken. Dass die Olga dich da mal ein bisschen rauslässt. Ich hoffe, das wäre gar nicht verkehrt, bevor du hier wieder in den Arbeitsstress reinkommst. Ich hoffe auch, dass beim XRP-Preis, dass es langsam mal weitergeht, irgendwas noch passiert, während du weg bist. Wir haben ja jetzt schon, seitdem du im Flugzeug sitzt, einen guten Anstieg gesehen, wie gefühlt jedes Mal. Wir würden uns mal ein Like, Kommi und Abo freuen. Schaut gerne in der Beschreibung vorbei bei unserem Werbepartner. Und ich würde sagen, in diesem Fall, Like den Kanal und bleibt mit uns auf ewig hier verbunden. Im Kryptosektor sind wir alle Sändler oder Kunden. Der Kryptosektor hat genug Benzin in seinem Tank. Sina Louis, Beo, Doppelz, sagt von Herzen Dank.